Hi, willkommen zum Video. Du suchst nach den aktuell besten Bluetooth-in-Ear-Kopfhörern. Ich habe dir meiner Meinung nach besten rausgesucht und nenne zu jedem auch die Testnote der Stiftung Warentest. So weißt du auch gleich, wie die Kopfhörer in echten Tests abgeschnitten haben. Die Preisunterschiede sind wirklich groß und es sind auch echte Preiskracher mit dabei. Unter dem Video in der Videobeschreibung habe ich die Links zu allen Produkten eingefügt. Klick drauf und du landest bei einem Shop, wo man die Kopfhörer aktuell günstig kaufen kann. Starten wir mit dem ersten Kopfhörer, das es in meiner Empfehlungsliste geschafft hat. Das sind die Jabra Elite 8 Active. Im Test der Stiftung Warentest haben diese eine Note von 1,7 erhalten. Die Kopfhörer sind super robust, staub-, wasser- und schweißresistent. Also perfekt, wenn man viel draußen unterwegs ist und damit Sport machen will. Sie sitzen gut im Ohr und mit 6 Mikrofonen hat man auch klare Telefonate und außerdem auch Dolby Audio. Die Kopfhörer selber halten 8 Stunden durch und das Ladecase sorgt für 32 Stunden Akkulaufzeit. Die Kopfhörer haben Bluetooth Multipoint, das bedeutet man kann leicht zwischen Smartphone, Laptop, Smartwatch oder irgendwelchen anderen Geräten hin und her switchen. Weiter geht es mit den Samsung Galaxy Buds FE. Die haben ebenfalls eine Note 1,7 von der Stiftung Warentest erhalten. Besonders hervorheben will ich hier gleich mal den extrem günstigen Preis und damit ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich, wirklich gut. So nun aber zu den Features. Man hat hier True Wireless, also wirklich volle Bewegungsfreiheit und aktive Geräuschunterdrückung. Nervige Hintergrundgeräusche können einfach rausgefiltert werden. Außerdem sind Sprachassistenten integriert und die Verbindung ist mit Bluetooth 5.2 auch sehr stabil. Die Akkulaufzeit beträgt 6 Stunden und dank Ladecase insgesamt 24 Stunden. Man kann die Kopfhörer ja immer wieder im Ladecase neu aufladen. Und dank Schnellladung über USB-C ist das Ladecase dann auch innerhalb von 2 Stunden wieder voll, falls es mal leer ist. So, wir kommen hier zu den nächsten Kopfhörern, dem Yamaha TW-E3C. Sie wurden von der Stiftung Warentest mit der Note 1,8 bewertet, also richtig gut. Und auch hier hervorzuheben, diese Kopfhörer sind echt günstig. Also Preis-Leistung ist ja auch fast unschlagbar. Das Noise-Canceling funktioniert super und die Akkulaufzeit liegt bei ungefähr 6 Stunden. Eine Schnellladefunktion ist natürlich auch mit dabei. Die Yamaha-Kopfhörer haben Bluetooth-Multipoint, das heißt man kann ganz leicht zwischen verschiedenen Quellen wechseln. In Sachen Design ist einem hier auch viel Auswahl geboten. Es gibt die Kopfhörer in Sage und Schreiben sechs verschiedenen Farben. Ebenfalls in meiner Empfehlungsliste haben es diese Kopfhörer von Bose geschafft, die QuietComfort Ultra Earbuds. In dem Test der Stiftung Warentest haben diese Kopfhörer die Note 1,8 bekommen. Die Kopfhörer sind mit Spatial Audio und auch Noise-Canceling ausgestattet. Man kann beim Noise-Canceling zwischen verschiedenen Modi wählen, Quiet Aware und Immersion, je nachdem wie viel du von der Umgebung noch mitbekommen willst. Kurlaufzeit ist sechs Stunden bzw. nur vier Stunden, wenn man Immersive Audio nutzt. Bluetooth-Multipoint ist ebenfalls mit verbaut und es gibt den Kopfhörer in fünf verschiedenen Designs bzw. fünf verschiedenen Farben. Das war meine Liste mit den aktuell vier besten Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern. Unterm Video in der Videobeschreibung habe ich alle Produkte verlinkt mit Links zu Shops, wo man die gerade günstig kaufen kann. Ich hoffe, mein Video war hilfreich. Abonnier doch meinen Kanal und bis bald. Ich hoffe, mein Video war hilfreich.